WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die sind ja schon der Stadion! Die sind ja schon der Stadion! Stadion! Entschuldigung! Entschuldigung! ... mit der Stadion! ... mit der Stadion! ... mit der Stadion! Halt, da, da, da! Halt, da! Super! Hop, 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 hop! Super! Super! Pay Paying! Get up! Hey! Team 5! Team 5! Team 5! Team 5! Team 5! Ich wünsche einen Applaus jetzt, auch die Thea, die Koffe ist sicher. Congratulations to the big winner today, Marie-Helene Vossesheim. Very, very well done, Marie-Helene. Kommen die nächsten Tamara Wittmann, die jetzt ausgelöst beim Forenkünder. Macht ihr ein bisschen lauter. Tamara, genießt diesen Augenblick, Tamara Wittmann, Österreich. Platz 2, Silver Medal. Aber Gold, und damit der erste Platz, geht an die Sporterin, die jetzt im Ziel kommt. New European Champion, representing Great Britain, Harriet Ferdinand. Yes, girlfriend! Jan, 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 Jan. Was I'm happy? Oh, it's just, oh, it's just unbelievable. I couldn't believe it. Bit out of breath now. Okay, it's still difficult to breath. Because of the stream, did you ever run a race in these conditions before? I don't think so, except maybe last year. Here it was quite hot. But other than that, no, it's usually wet or really cold at home. It's really a real surprise, it's amazing. Große Überraschung, einfach sensationell. Harriet Horton, European Champion. So, es war einfach Wahnsinn. Und dann bin ich mir vorbeikamisch und ich weiß nicht, ich wollte das nicht so wieder dabei, die wären nicht im Zielplatz zu sehen gewesen. Und das war natürlich noch mal mehr unglaublich und ich kann schon nicht glauben.